Was geht ab meine Freunde? Benni hier und herzlich willkommen zum nächsten Pack Opening. Wunderschönen guten Morgen meine Freunde. Ja ich dachte mir einfach mal, vielleicht bringt ja ein Pack Opening am Morgen Glück. Ja ich bin diese Woche leider nur Gold 2 gekommen. Für ein Premium Gold Spieler Set, ein Jumbo Premium Gold Set um 13.000 Münzen. Ja, hätte ich wieder mehr gespielt, dann wäre ich wahrscheinlich auch Elite oder Gold 1 gekommen, aber naja, jetzt habe ich mir so viel Lust, ich habe jetzt die ganze Morgen durchgezockt. Zu der Zeit kann man erstmal ganz entspannt das CDW Light Set aufmachen. Ja, das ist mein erstes Pack Opening, was ich am Morgen mache, also nice. Wir kriegen hier England LV, Banes, ok, den kann ich auch mal aus testen, es ist gar nicht so schlecht. Vielleicht gefällt der mir ja, den könnte ich mir vielleicht mal holen, aber ja bei dem Tempo weiß ich nicht. Finde ich jetzt nicht so gut mit dem Tempo und wir öffnen unser erstes 15k Pack. Ich hoffe da kommt was bei rum, 10, 20k aus dem Pack, vielleicht zufrieden, leider kein Schlitz im ersten Pack, aber vielleicht ist hier ja was krasses, man weiß es nicht. Torwart Deutschland, wow, das ist scheiße. Adler möchte keiner haben. So, nehmen wir alles mit, der Rest kann weg. So, Freunde, ab zum nächsten Pack. Ab geht's, gließt man drauf, gließt man drin, ganz einfach. Ja, Schlitz, boom, komm, jetzt, was geiles, bitte. Äh, Schweiz, oh, ich habe ja nichts gegen die Schweiz, aber die Schlitze, weil die Schweiz ist so scheiße. Weil da einfach nicht so viele gute Spieler sind. Und, ach, sag mal, ach, kann ich gleich ein paar Einspeichern. Okay. Schade. Also einen Schlitz wünsche ich mir noch und ich wette, der Schlitz kommt dann 25k Pack. Aber würde mir auch nicht schaden, wenn jetzt Back-to-Back Schlitz kommt in den 15k Pack hier. Mal gucken. Ja, ne, schade. Aber vielleicht kommt ja ein Materialversum, man weiß es nicht. Ah, Sigurdsson, ist okay. Aber ich denke, weil, wert ist ja auch nichts. Kann sich alles ein paar Einspeichern. Wir haben übrigens eben den Behindie gezogen. So, jetzt kommt das letzte Pack, 25k Pack. Wenn da einfach mal ein Schlitz kommt, bin ich zufrieden. Dann bin ich zufrieden mit dem Pack. Sehr zufrieden. Komm, let's go, Schlitz. Ja, komm, bitte, bitte, bitte. Ja, klar wird es Manolas, ey. Der ist vielleicht auf 5k wert. Ich meine, das ist okay, aber es hätte so gratis werden können. Mama mia. Ah, Jonas, oh Gott, zwei Schlitzer. Aber um den Jonas. Gucken, was man Unas wert ist. Ah, 4k, 3k. Ah, es geht besser, es geht besser. Schade, Freunde. Hätte auf jeden Fall besser laufen können. Aber, ich hoffe, euch hat das Video hier trotzdem gefallen. Wenn, wenn ja, geht ruhig den Daumen nach oben. Und, ja, wir sehen uns beim nächsten Pack Opening. Bis dahin, macht's gut. Hau rein. Und, ciao. Ciao. Vielen Dank.